Hallo, ich bin Marek aus dem Kinderclub und ich zeige euch heute, wie man mit drei Bällen jongliert. Aber wir starten erstmal nochmal mit zwei. Ihr habt in jeder Hand einen Ball und werft dann einen Ball hier hoch, sodass ihr hier eine Spitze macht und ungefähr vor euren Augen dann wieder runter fällt in eure andere Hand. Sieht dann so aus. Eure Arme sollten hier einen rechten Winkel machen und möglichst ruhig bleiben. Und dann werft ihr den Ball so und ihr werft den anderen Ball, wenn der erste Ball hier ist. Das sieht dann so aus. Wenn ihr jetzt einen dritten Ball dazu nehmt, macht ihr das gleiche weiter. Ihr könnt das erstmal mit zwei Bällen versuchen und versuchen mit der anderen Hand zu fangen, wenn da schon ein Ball drin ist. Das sieht dann so aus. Immer wenn der eine Ball hier ungefähr ist, den anderen loswerfen. Mit drei Bällen sieht das dann so aus. Einfach weiter werfen. Und möglichst die Ruhe bewahren. Einfach weiter üben. Viel Spaß beim Üben. Einfach weiter üben. Einfach weiter üben. Einfach weiter üben. Und da sieht dann auch weiter üben.